Hey, who the fuck is that? So Freunde, heute hauen wir die 1, 2, 3 Bäume um. Nur entspannen. Auf die Säge. Schutzbrille. So, jetzt mache ich auf die Öl. Damit ich noch mit dem Brot ziehen kann. Und die Brot zu entfernen kann. Richtig ist das Schiene hier. So. So. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Jetzt Äste schneiden. Die leichte Nummer. Bis zum nächsten Mal. Pause. Fahrt bereit. Die leichte Nummer. 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 Junge. Unter eine Minute. Pass auf. Die leichte Nummer. 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 Junge, auf einmal haben wir hier Licht, Gott sprach das Pferd im Licht und fand den Schalter nicht. So, alles Wende.